ihn ist immer noch tot leiden ich bin erst mal nicht was hier will ich eigentlich gar nicht benutzen definitiv das klingt zu gut um wahr zu sein aber geklappt wie es scheint ich hätte jetzt gern dass wir barbara einwachsen können ich bin fast tief gegangen Was ist mir sehr wenig? Okay, damit komme ich auch ganz gut, klar. Wenn er dann will ich halt immer die Stärken aussuchen, dann ist er ein Heiler. Ja, das ist nicht so das Problem. Durch das Schwert machen wir auch ein bisschen Heilung für uns selber. Hm. Verdammt. Ja, aber ich mache mal die Manus-Effekte. Ich gerade nicht weiß, was dann... Da wäre wegen... Das sind so Sachen, nein, ich will da nicht reinlaufen und... Wenn ich es gewusst hätte... Okay, das wusste ich nicht. Also kann man wirklich einfach auch die toten Charaktere halten. Das ist natürlich ein Vorteil. Nein, was ist die Basen an der Welt? Hier ist sonst auch nichts. Hast du gesehen, einfach nur eine Falle beim Durchgang. Ich dachte schon. Die sich hat angeboten. Ach. Schon wieder so ein... Schon wieder so ein... Und... Was steht in der Welt? Ja, ich gehe mir... Ich gehe nicht auf, was die Schwertigen. Ja, ich gehe mit dir. würde man sagen der angriff war ein bisschen zu heftig für die statue oder für den egis und die maschine halt das ist doch noch schleim windstrider fallen leaves adorn my night ja wie irritiert der kreis das ist zwar schön aber die müssen halt erst mal wir nehmen es trotzdem das bitte sein dass das ein fehler ist in 2000 ich gehe davon aus dass es nur 200 sind dass man minus 100 ganz gut passen bisschen in Spionnadea. verteidigung ist nicht schlecht machen wir mit der verteidigung verteidigung kann ich immer gebrauchen wir haben ein glück gehabt weil ich mich jetzt reingelaufen werden doch ja wir hatten noch was dagegen damit haben wir hier alles hier ist das Fluchding Wasser hat einfach vergessen das ist ganz gut nochmal hier durch zu rennen du siehst halt doch dann noch manchmal das ein oder andere beinahe wäre hier reingelaufen blöden Und wie kommen wir denn hier wieder raus? Ich glaube, da war eine Falle. Oh, du Ups. Die Falle ist dann wieder weg. Da ist nichts hier. Auch nichts. Ich sollte einmal weiter nochmal eins rum, weil es könnte was sein. Das ist natürlich erstmal nichts. Wir hatten noch nicht sicher, was uns am Ende erwartet, wo ich noch ein bisschen mich sträube. Ich hätte auch schon ein bisschen mehr Schaden sein können. Ich bin noch Schaden, einen geht vielleicht ein bisschen höher. Ich bin noch Schaden. Ich bin noch Schaden, einen geht vielleicht ein bisschen höher. verfüllt nur noch ein klein bisschen Elektro-Pyroshaden vielleicht gar nicht mal so uninteressant die lokale macht dann doch ein bisschen mehr schaden als hier ist wieder eben nur diese negative aha ähm verringert den physischen Widerstand der Gegner das möchte ich haben ja ich freue mich auf den Boss nicht dann wieder nichts so langsam verwirrt mich das ganze ich erwarte eigentlich die ganze Zeit dass da mal was ist na komm schon das ist auch nichts hier hinten das wäre ich würde sie nicht auch anbieten oder wie gar nicht hier 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 Na komm. eigentlich doch schon hier schön in die ecke jeder letzte der weise ist er wirklich wieder schaden den spezial fähigkeiten schaden da ist eine truhe ist das gemein ich muss eh schon heilen lesen ich bin etwas verwirrt ich glaube wir haben irgendwie was übersprungen wir haben hier was übersprungen ich glaube ich nicht ich würde mich nicht mit absicht ich bin hier nochmal ja immer gemacht die kleinigkeiten warum man dann doch mal zurück ja 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 ist nur das nemesis nicht 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 nein noch keine von geschäft 2 hier gut Okay. Ich schwören wir einfach mal ein paar. Ich mag die nicht. Und in der Kombination überhaupt nicht. Der hätte physischen Schaden. So, jetzt haben wir alle Räume geschafft. Auch wenn wir fast, ja. Wir wären fast mit uns draufgegangen. Aber eigentlich die schicke Foto kann ich ein bisschen nicht öfters benutzen. Geht halt eigentlich zum Vorteil. Wir machen es halt trotzdem nie. Eigentlich ist es ähmlich. Wir machen es sehr großartig. Okay, dann einfach fit. nicht nur ich dachte ich kann mehr auf einmal jetzt werden wir eh wieder rausgeschmissen wenn ich rausgeschmissen ja ich finde es eine Replik nicht nur ich Wir, auch haben die Macht, um die stärksten Mönster zu verabschiedern. Also, du und Kamen und Harunosuke, haben hier Samurai gebracht, um die Mönster zu erabschiedern? Das ist eine Möglichkeit. Unter vielen. Vielleicht war es alles nur ein Plöi von Harunosuke. Vielleicht, die Samurai- und sie zu erabschiedern, war alles in Hilfe zu regieren Kontrolle der Ommio-Chamber. Huh. Sounds a lot like something Tartaglia would say. Hey, I can have positive assumptions, too, you know. I'm just trying to make a logical guess. I don't mean to offend anyone. My memory is still incomplete, but there's less and less gaps to fill. Soon, it should be fully restored. What's more, I sense that if we continue forward, we might just come face to face with Harunosuke himself. But this Ommio-Chamber was built ages ago, wasn't it? Could he have been here all that time? Woah. Shigitaishu. Wait, Traveller? You're not about to... Es gibt einige Worte, die von mir gesagt werden müssen. Looking at your expressions... This must be something serious. Oh. We don't need to get too serious, though, right? It's serious enough down here without adding more tension into the mix. Ugh, let's Haiman say it. Alright, here goes. In the very beginning, all we heard was that monsters had escaped from a domain. We came straight here along with Samurai from the Tenryo Commission. When we met you, you didn't know anything about the domain or where you came from, and we believed you. We had our reservations, but we trusted Shinyan. She took you at your word, and we decided to work together. And let's go. As we ventured deeper and deeper into the domain, it seemed like truth was just around the corner. But even now, we still can't be sure whether this domain was created for evil ends. You never know what you'll find in a chest until you open it. And now we've arrived at that moment. We need to be ready for whatever it contains. Den Kamonoa also doch schlechte Absichten hat. I don't like seeing folks forced into a corner like this, but it's like the Traveler says. We gotta be ready to take responsibility for each other. I see. So the time has come for me to make a choice. Until now, I had my doubts about why you had decided to help me throughout all this. Even if we've only spent a few days fighting in each other's company, we should have no reason to hide anything. I'm afraid that, barring new information, it's impossible for me to make any guarantees. I want to believe in Haranosuke. But after all these years, perhaps he's changed. Maybe my memories were never real to begin with. I am just a Shikigami, created by an Onmyoji, with nothing more than a few fragmented memories to my name. The four of you are all I have. Our bond is one of trust. My bond with Haranosuke is one of responsibility. As my creator, I have a duty to follow him. And if he does turn out to be evil, then my destiny will be his to control. If I am able, I wish to retain the kindness in my heart until the very end. But a weapon cannot betray its master's will. If he was able to create me, then he is able to control me. So, if Haranosuke and I go on to cause harm to others, I trust that you will provide a fitting end for the two of us. Great! Leave all the heartbreaking decisions for us, why don't you? Still, that was an honest and inspiring speech. Good enough for Paimon. What do you think? Jetzt vertraue ich dir voll am Rans. Play, were you two planning this line of questioning all along? Haha, not bad at all. You were testing to see whether there were still missing fragments from Shiki Taisho's memory. Ah, you've grown, Traveller. What do you mean testing? This was all an orchestrated collaboration. Successful teamwork. It's like Xin Yan said. She has her way of confirming trustworthiness and we have ours. Besides, this was a chance to let Shiki Taisho know that even if he's still unsure of the big picture, we're still willing to place our trust in him. Shiki Taisho refrained from claiming an allegiance, which sounds like the actions of a real comrade to me. Warning us of the potential threat was an act of true responsibility. Ich kann Aufrichtigkeit spüren. Well, I'm also a terrible liar. But thank you for opening up to my honesty. Well, even good guys lie and manipulated times and bad guys have their own doubts and misgivings. The fact that you were able to give an answer so cruel to yourself, could only mean that you've truly made up your mind. It's just like Xin Yan said. Uh, what was it you said again? Uh-huh. Could you give me a hint? Oh, got it! It's an honest language that touches the truest depths of the heart. Word for word, huh? Your memory ain't so bad after all, Paimon. Well then, has our pre-combat session concluded? If so, let's get going. Shiki Taisho, try not to worry. We're here for you. I know. And I will do my best not to cause you guys any trouble. Eh, trouble's fine. As long as we can win in the end. Insane slacht einfach win. Before we get ahead of ourselves, we need to be ready for an even worse scenario. Imagine if this door isn't the way to the innermost depths of the domain, but just another mechanism. Ah, shut up! Don't jinx it! I'm just exploring the what-ifs. There's no guarantee that it won't happen, right? Unfortunately, if that is the case, I don't think I'll be able to prevent it in my current state. I'm sorry, but I still don't have full control over this place yet. Personally, I wouldn't really mind. Ah, this place is a combat haven. It can rearrange itself another ten times for all I care. Hmm, Hyman isn't listening! You can have fun here by yourself when all this is over! Well, if the domain does rearrange itself again, you should watch your backs and try and stick together. And you'll be off on another solo combat mission, I assume. Oh, don't worry about me. I'll be making the most of it. Sehr schön. Wir landen natürlich eh draußen. Sollte erst nächstes Jahr an einem anderen Tag dann weitergehen. Darn it! We've been kicked out again! No! We need to make sure Red keeps his mouth shut next time. His jinxes are right on Lemora! I'm not sick of this domain! Kamuna Harunosuke is a scaredy cat! He's too afraid to face us! Still, it's lucky that Red and Shiki Tasha remained inside. This place is crawling with Tenryo Commission Samurai! Who is Kamuna? Ah, you know. Well, same as before, I guess. Let's wait for the domain to rearrange and then go find him. Until then, we should stay hidden. We wouldn't want the Tenryo Commission to see us wandering around. Next time, we have to chase Kamuna out of his hiding spot. Damit haben wir vorwärtsdrehen abgeschlossen. Und würde ich nur sagen, geht's dann wieder in den nächsten Tagen weiter. Mal schauen, was uns dann erwartet. Es ist das so ein bisschen activiert. Und wenn es...